E3 bewegt Güter, viele Güter. Wir transportieren mehr als 150.000 Ladungen, liefern mehr als 4 Millionen Paletten und fahren mehr als 57,6 Millionen Kilometer pro Jahr. Es klingt einfach, doch hinter den vielen sich täglich durch ganz Europa bewegenden LKWs steht ein großes und sehr involviertes Team an Mitarbeitern. 450 engagierte und leidenschaftliche Mitarbeiter, die sicherstellen, dass der Kunde täglich die beste Lösung erhält. Wir bemühen uns, Güter pünktlich und sicher zu liefern, an den richtigen Ort, zur richtigen Zeit, ungeachtet jeglicher Hindernisse. E3 ist ein hochmodernes Unternehmen, welches auf viel Erfahrung einen guten Service und verlässliche Auslieferungen aufbaut. Unsere effiziente Aufstellung ermöglicht uns ein schnelles, flexibles und geschicktes Handeln in unserer täglichen Arbeit. Die Kundenzufriedenheit ist von höchster Bedeutung. Damit verdienen wir unseren Unterhalt und wir sind stolz darauf. Das bedeutet, dass wir mit den meisten unserer Kunden eine langfristige Geschäftsbeziehung fliegen. Uns stehen mehr als 400 hochmoderne LKWs zur Verfügung. Ausgestattet mit der neuesten Technologie und Sicherheitsausrüstung. Wir besitzen viele verschiedene Fahrzeugtypen und können auch Sondergüter und Güter mit Übergröße ausliefern. Unser Hauptsitz befindet sich in Patborg, Dänemark und wir besitzen mehrere Filialen in Deutschland. Von hier werden viele LKWs durch modernste IT-Systeme gesteuert. Welche auf Minutenbasis einen kompletten Überblick über den Status aller Zustellungen liefert. Wir bieten unseren Kunden EDI-Lösungen und direkte Online-Buchungen und wir können unseren Kunden stets akkurate Informationen liefern. Zudem bieten wir mehr als 10.000 Quadratmeter Stauraum, welcher sowohl als ganzjährliches Lager als auch als Verteilungslager dient. Die E3-Gruppe steht zu 100% im Familienbesitz und ist eine der verlässlichsten Firmen im Geschäft. Unsere finanzielle Stellung und Unabhängigkeit ist ein großer Vorteil für unsere Kunden. Wir bei E3 besitzen stets die neueste Technologie, Ausrüstung und Materialien für die Zukunft. Wir sind flexibel und können auf Basis der Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden investieren und entwickeln. Durch jahrelange Erfahrung im deutschen Markt können wir unseren Kunden sogar mit der Einrichtung von Zweigstellen auf der anderen Seite der Grenze helfen. Alles was wir tun, tun wir mit Sorgfalt, auch wenn es um die Umwelt geht. Unsere Fahrzeuge erfüllen die neuesten europäischen Standards und unsere Fahrer werden in energieeffizientem Fahren trainiert. Unser effizientes Flottensystem minimiert unnötige Fahrten und Warten, was wiederum den Dieselverbrauch und die CO2-Emissionen senkt. Bei E3 ist nichts zu klein, zu groß oder zu unmöglich. Testen Sie uns also und sehen Sie selbst, was wir für Sie tun können. E3 – Wir bewegen alles.